Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist nach Medieninformationen an der Verpflichtung des Offensivspielers Philipp Klem von Aufsteiger SC Paderborn interessiert. Die Schwaben sollen bereits ein Angebot für den 26-Jährigen abgegeben haben, wie die BILD vermeldet. Zuvor hatten schon der Kicker und die Westfalen-Post vom Interesse der Schwaben an Klemendt berichtet. Klemendt war mit 16 Toren bester Torschütze der Paderborner in der abgelaufenen Zweitligasaison. Der Vertrag des Offensivmannes läuft noch bis 2020. Klemendt war zuletzt auch mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden. Let's block X, Y